Das Wort Gottes zu studieren ist eine essentielle Waffe für Gläubige, eine Frau, die zwölf Jahre lang an einer hartnäckigen Krankheit litt, wollte unbedingt ihre Heilung erhalten, und sie bekam sie, eine Frau, die zwölf Jahre lang an einer hartnäckigen Krankheit litt, wollte unbedingt ihre Heilung erhalten, und sie bekam sie. Sie beschloss, die jüdische Tradition zu verletzen und berührte das Tuch Jesu Christi, um ihre Heilung zu empfangen. Ihre Krankheit verschwand sofort, als sie den Schritt des Glaubens tat. Die Heilige Schrift hat es aufgezeichnet, so war es, als Jesus zurückkehrte, dass die Menge ihn willkommen hieß, denn sie alle warteten auf ihn. Und siehe, da kam ein Mann mit Namen Jairus, und er war ein Oberster der Synagoge. Und er fiel Jesus zu Füßen und fehlte ihn an, er möge in sein Haus kommen, denn er hatte eine einzige Tochter, die war etwa zwölf Jahre alt, und sie lag im Sterben. Als er aber ging, drängte ihn die Menge. Nun kam eine Frau, die zwölf Jahre lang Blut floss, die ihren ganzen Lebensunterhalt mit Ärzten verbracht hatte und von keinem geheilt werden konnte, von hinten und berührte den Rand seines Gewandes. Und sofort hörte ihr Blut floss auf, Lukas 8, 40-44. Lektion Jeder Kranke, der Gott sein Heilungswunder anvertraut, wird es erhalten. Jeder Gläubige kann ein Architekt seiner eigenen Heilung sein, indem er an den Glauben an Gott glaubt. In der Zwischenzeit muss der Anspruch des Glaubens, Heilung, Befreiung und andere zu empfangen. Durch eine aktive Demonstration ergänzt werden. Ein Kind Gottes muss in der Lage sein, seine Befreiung im Geiste wahrzunehmen und sie gleichzeitig zu beanspruchen. Sobald Gott die Anstrengungen sieht, wird es herausgefordert sein, seine bemerkenswerte Stärke zu demonstrieren, um dem Gefährten zu verdienen, was immer er sich wünscht. Mit anderen Worten, der aktive Glaube wird es einem Kind Gottes ermöglichen, in jeder Lebenssituation zu triumphieren. Das Gebet, lieber Gott Bitte lehre mich, wie ich aktiven Glauben demonstrieren kann. Hilf mir, meinen Glauben in die Praxis umzusetzen, lass mich meinen Glauben auf eine Weise demonstrieren, die zu meinem Segen führt. Sofort, ich, ich erkläre und praktiziere meinen Glauben in jeder Situation meines Lebens, ich erkläre im Namen Jesu Christi, dass jede Krankheit verschwindet. Ich binde und vertreibe jeden Geist der Krankheit, Depression und Armut aus meinem Leben. Ich verkünde meine Heilung und Befreiung durch die Autorität im Namen Jesu Christi. Von nun an stehe ich nicht mehr unter der Unterdrückung Satans, ich bin ein Überwinder, und ich werde für immer überwinden durch den Namen Jesu Christi, meines Herrn. Alle, Amen. Wie, Amen. Wie, Amen.